Überraschung, Alisa Schmidt knutscht ihren Freund live im TV Alisa Schmidt, 25, zeigt ihre Liebe der ganzen Welt Bei den deutschen Meisterschaften in Braunschweig konnte sie ihr Glück wohl nicht länger für sich behalten Nachdem sie in der Qualifikation für das 400 Meter Finale ihre persönliche Bestmarke geknackt hatte, feierte sie ihren Erfolg mit einem Mann am Rande der Laufstrecke Vor den Kameras gab die Blondine dem Mann mit der umgedrehten Basekerb einen dicken Schmatzer auf den Mund und machte so mal eben die Beziehung zu ihm offiziell Laut Sport1 handelt es sich bei dem Unbekannten an der Seite der Sportlerin um Freddy Richtermendau Demnach seien die beiden bereits seit mehreren Jahren ein Paar und teilen ihre tiefe Leidenschaft für den Sport Der Freund der Blondine arbeitet nämlich als Fotograf, so auch an dem Tag der Meisterschaft Trotz des Liebesdebüts im TV hat sich für Alicas Fans im Netz nichts geändert Auf ihrem Social-Media-Profil sind weiterhin keine Pärchenbilder zu erhaschen Alisa ist nicht nur als Leichtathletin auf der Überholspur, sondern kann auch voller Stolz auf eine große Community im Netz blicken Neben ihrer Sportkarriere verdient die Blondine ihr Geld als Influencerin und Model In einem Video auf Social Media betonte die 25-Jährige sogar, dass sie sich ihr Leben ohne die Nebeneinkünfte gar nicht erst finanzieren könne Die meisten von uns studieren nebenbei, um sich ein zweites Standbein aufzubauen, oder haben sogar Minijobs, die sie nebenbei machen, erklärte Alisa in dem Clip Die meisten von uns zur Aussage zu Person gibt keine Sprache aus der Begrunschung Vielen Dank.